Hallo zu unserer ersten Folge der «Personality Interviews». Heute mit Andreas Gemperli, Mitgründer von «Fotoworkers». Ich bin Tallinn und arbeite als Fotografin und stelle meinem Chef jetzt ein paar Fragen. Von wo kommt eigentlich deine Leidenschaft für Fotografie? Fotografie ist für mich ein Türöffner. Ich kann so auf Menschen eingehen, auf sie zugehen und man hat dann zusammen ein Ziel. Das ist natürlich schön, wenn man zusammen etwas erschaffen kann. In diesem Sinne ist der Türöffner, also die Möglichkeit, mir die Leidenschaft in der Fotografie immer weiterzugehen. Was ist die grösste Herausforderung im Geschäft? Es ist für mich eigentlich, dass ich nicht nur auf den Markt reagieren, also mir überlegen, was könnte man jetzt von mir verlangen oder von Fotoworkern verlangen, sondern eigentlich so mich selber bleiben und meine Ideen reinbringen, um eine gewisse Eigenständigkeit, Einzigartigkeit aufzubauen und zu behalten. Mir ist bewusst, dass es sonst ist. Du gehst unter, wenn du nur versuchst zu reagieren, sondern musst irgendwie ein Macher sein und das ist eine grosse Herausforderung. Ja, wo ich daran arbeite. Wie gehst du denn damit um? Also ich versuche, viele eigene Projekte zu machen, immer wieder. Das gibt kreativen Freiraum. Also Erfolg ist, glaube ich, wenn ich später mal sagen kann. Ich würde alles nochmal genau gleich machen. Dann würde ich sagen, bin ich erfolgreich gewesen. Können wir mal schauen, was wir machen? Ich glaube, dass das so richtig ist für dich. Ja, genau. Haben wir noch irgendwo eins, wo die Füsse so ein wenig gerade schauen? Wir haben jetzt gerade gesehen, dass es wichtig ist, dass wir zusammen das entwickeln, also im Teamwork. Also es gibt Feedback. Darum wird die Firma auch oft direkt auf den Computer. Und so haben wir dann am Schluss ein Resultat, wo sich beide bestätigten fühlen. Und genau so möchte ich eigentlich arbeiten. Dann bin ich im Flow, wenn man so das Teamwork spürt, zusammen etwas kreiert. Das ist das Ziel. Hast du denn noch andere Projekte neben den Fotoworkers? Ja, ich habe meine privaten Projekte neben dem Geschäft. Das ist auch meine grosse Leidenschaft neben dem ganzen Studio. Ich würde sagen, das Wichtigste dort ist, mir wirklich meine eigene Kreativität auszuleben. Also dort kommen meine Ideen zuerst. Das sind zum einen, jetzt gerade, wo ich voll dran bin in der Planung, die Lanzarote Explorer Wig. Das ist mit sechs anderen Fotografen zusammen. Styling, Make-up, Modelle, wo wir einfach eine Woche lang kreativ arbeiten, aber auch sich austauschen. Da ist schon auch der Teamwork-Gedanke wieder drin. Aber natürlich wollen wir auch Resultate erzielen, die so bei kleineren Shootings ohne grosses Konzept nicht möglich sind. Als Künstler arbeiten wir zusammen mit Julia Grunz seit über zehn Jahren. Wir sind Grunz und Gemperli. Wir machen zusammen als Duo Overpowered Photography. Das sind Unikatbilder, also zuerst Fotografie mit Modellen, die nachher weiterverarbeitet werden, mit Farben, mit Objekten, so wirklich Bilder, fast wie Gemälden schon, einfach als fotografische Grundlage. Es klingt jetzt so, als hättest du schon ziemlich alles erreicht, was man als Fotograf so erreichen will. Wie das eigene Studio, Familie, eigene Projekte. Hast du denn überhaupt noch Ziele im Leben? Auf jeden Fall habe ich noch Ziele. Also da habe ich zwar viel erreicht, das stimmt, bin ich auch sehr zufrieden und dankbar, so weit gekommen zu sein. Oder das Persönliche, dort geht es mir schon noch darum, herauszufinden, warum ich das eigentlich mache, was ich da alles mache. Also ich merke, ich habe so einen inneren Antrieb, eben auch wenn ich im Flow bin, im Arbeiten, aber warum das so ist und es ist ja nicht immer so. Also es gibt auch schlechte Tage und eigentlich ist das Ziel, immer Freude zu haben, beim Arbeiten und in der Freizeit und mit der Familie. Auch wenn es Stress gibt, dann zeigt es sich so. Also wenn es schwierig wird, wo hat man eigentlich die Werte, was ist einem wichtig, was nicht, bleibt man in der Spur und dort möchte ich eigentlich mehr herausfinden über mich selber. Wenn dann im Lebensende nur einen Rat der jungen Generation weitergeben könnte, was wäre es für ein Rat? Das wäre das Lernen, wie man ein Lerner wird. Lernen im Sinne von immer neugierig zu sein, dazu zu lernen und sich auch über das Lernen zu definieren. Also wie ich mich wertschätze, was für Ziele das ich habe, ist immer wie das Lernen in der oberste Priorität. Wie sieht denn das in einem konkreten Fall aus? Also jetzt zum Beispiel bei uns im Studio? Das sieht so aus, dass zwar das Ziel wichtig ist, ganz klar, aber man definiert sich nicht primär über das Erreichen des Ziels, sondern wenn man etwas dabei gelernt hat. Und so hast du eigentlich immer die Möglichkeit, erfolgreich zu sein, solange du bereit bist und offen bist zu lernen. Und dann hast du eben etwas gelernt, selbst wenn es mal schief geht. Und durch das Lernen wird es wahrscheinlich auch nicht wieder schief gehen, also mit diesen Fehlern machen, auf jeden Fall, weil aus Fehlern lernt man ja. Einfach durch das Lernen vermeiden, dass man immer die gleichen Fehler wieder macht, weil sonst man ja nichts gelernt. Und so, wenn man mit dieser Einstellung durch das Leben geht, finde ich, dann hat man schon ziemlich viel gewonnen, ziemlich viel erreicht. Das würde ich den Jungen raten, den Fokus auf das zu legen.